Die Star News des Tages im Gala Ticker Oliver Pocher zeigt sich in ich mit Annemarie Carpendale plus 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 Bradley Cooper unterbricht unvermittelt eine Pressekonferenz und geht plus 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 Ruma Willis will eine Großfamilie. Die Star News des Tages im Gala Ticker 23. Dezember 2023 Oliver Pocher plus Annemarie Carpendale Zurück zur nächsten Ex Oliver Pocher, 45, scheint nach seiner Trennung von Amira Pocher 31, ein Faible für seine Ex-Partnerinnen zu haben Nach dem Podcast aus mit Amira ist seit einigen Wochen Elzandra Meyer-Wölden, 40, seine neue Gesprächspartnerin in dem Audio-Format und auch eine weitere Ex spielt wieder eine Rolle im Leben des Comedians. So trafen sich Oliver Pocher und Annemarie Carpendale, 46, kürzlich bei einem Event von McDonald's wieder. Aufnahmen jenes Tages teilt Carpendale in ihrer Instagram-Story, und Pocher repostet diese prompt mit den Worten Zurück zur nächsten Ex. Punkt. Von 2002 bis 2004 waren Oliver Pocher und Annemarie Carpendale, damals noch waren Cross, ein Paar. Ein weiterer Schnappschuss in Oliver Pochers Instagram-Story zeigt das Ex-Part zudem in einer äußerst innigen Pose. Die Aufnahme unterlegt der 45-Jährige mit Justin Timberlakes, 42, Hit Cry Me A River, 22. Dezember, 2023. Bradley Cooper. Plötzlich verlässt er die Pressekonferenz. Bradley Cooper, 48, saß gerade in der Pressekonferenz zu seinem neuen Film Maestro, als er diese plötzlich abbrechen musste. Tut mir leid. Die Schulkrankenschwester hat mich gerade angerufen, erzählte er. Er verließ daraufhin den Raum, um die Schule seiner sechsjährigen Tochter Lea zurückzurufen. Als er wieder da war, erklärte er, er müsse kurz in die Schule seiner Tochter, um etwas zu klären. Die Schule sei aber nur zehn Minuten Fußweg entfernt. Cooper verließ daraufhin sofort den Pressetermin. Ein paar Tage zuvor feierte die kleine Lea gemeinsam mit ihrem Papa Bradley ihr Red Carpet-Debüt. Sie durfte ihn zur Premiere der Netflix-Produktion begleiten. Lea zeigte sich auf dem roten Teppich in einem Dolce-Gabbana-Kleid mit Leopardenmuster und glitzernden goldenen Ballerinas. Er hat einen besonderen Abend. Papa Bradley kam in einem eleganten dreiteiligen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Fest hielt er seine Tochter an der Hand, während sie für die Fotograf-Innen posierten. 21. Dezember 2023 Bruce Willis Tochter Ruma plant zweite Großfamilie. Der ehemalige Action-Star Bruce Willis, 68, hat drei Töchter aus der 13-jährigen Ehe mit der Mimur, 61, und zwei weitere Mädchen mit Emma Hemming Willis, 45. Sein ältestes Kind plant nun, in die großfamiliären Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten. Denn Ruma Willis, 35, wünscht sich mit Musikerfreund Derek Richard Thomas ebenfalls fünf oder sechs Babys. Das hat sie nun in einer Fan-Fragerunde auf Instagram verraten. Eine weitere Userin wollte von Ruma wissen, wie lange es gedauert habe, bis sie mit ihrer ersten Tochter Luetta, die im April 2023 zur Welt kam, schwanger geworden sei. Sie beschloss, ohne unser Zutun zu kommen. Die beste Überraschung meines Lebens, freut sich Bruce Willis Tochter. Abschließend enthüllt Ruma, dass sie während der Schwangerschaft ca. 20 Kilogramm zugenommen habe. Jennifer Lopez und Ben Affleck sind von ihrer ersten Beziehung traumatisiert. Im Juli 2022 gaben sich Jennifer Lopez, 54, und Ben Affleck, 51, das Ja-Wort in Las Vegas. Beim zweiten Versuch sollte es klappen. Immerhin hatten sich die beiden Hollywood-Stars bereits im November 2002 verlobt. Ihr Beziehung konnte dem großen Medienrummel um sie herum jedoch nicht standhalten. Die Erfahrungen vor rund 20 Jahren haben sie vorsichtig gemacht. Denn wir haben beide ein Trauma, verrät Jennifer Lopez im Interview mit Variety, räumt jedoch ein. Aber wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was im Leben wirklich wichtig ist, und das ist nicht so sehr das, was andere Leute denken. Es geht darum, dem treu zu bleiben, was man ist. 20. Dezember 2023 treten Matthias Schweighöfer und Rubio Fee bald vor den Traualtar. Seit nunmehr vier Jahren gehen Matthias Schweighöfer, 42, und Rubio Fee, 27, gemeinsam durchs Leben. Da könnten doch bald die Hochzeitsglocken läuten, oder Herr Schweighöfer? Im Interview mit Bunte verrät der Schauspieler, wie er zum Ja-Wort mit seiner Freundin steht und ob er eventuell bald einen Antrag plant. Und ein Dementi klingt eindeutig anders. Er sagt dazu, lasst euch überraschen. Es bleibt spannend. Generell halten Matthias und Rubi private Angelegenheiten gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Bei Instagram gewähren sie ihren Follower. Ihnen zwar immer mal wieder Einblicke, allzu intim wird es aber auch da nicht. Dennoch sind wir sicher, dass wir es mitbekommen werden, wenn sich der 42-Jährige und die 27-Jährige die ewige Treue schwören. Und dann können wir es mitbekommen, und dann können wir es mitbekommen,